Wieder einmal der fette Stein klunk mir ins Gras einen Stamm bissen und es geht leider weiter. Tschüss! Ding! Ah, Karpelsalat! Moment mal! Ja, ich weiß, man hört meinen Stuhl. Boah, jetzt hätte ich früher tun sollen. Ah! Was soll der blöd sein? Ah! So, tue mal aus. Schon die ersten 30 Sekunden verschwendet mein Karpelsalat zu entwirren. Ich wollte doch kurz sagen, jetzt kommt wieder der Spaß mit der Kamera. Warum zocke ich Kamera zu den Chars? Ich weiß nur, dass der Raffal jetzt verlieren wird. Dann, passt. Was kommt jetzt? Was ist jetzt? Na, ihr schon wieder! Ja! Oh! Ja, ich wollte doch kurz sagen, das schaut böse aus. Müsste mich irgendwie auf die Stanzzeugen bedienen. Ja! Nur mein einziges Leben! Ne! Ne! Das war ja unvermiss schlechthin! So! Vorsichtig sein! Einziges Leben! Ja! 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 Taus! Ja! Ich sag, es ist in Ordnung wenn das passiert! Ich wollte doch wenigstens noch zum Schreder kommen! Hm! Okay! Michaelangelo! So, dann musst du halt das Schäfchen ins Trockene bringen. Die Rutschen, die Bastard, die geht's neu am Sack. Mann! Ey, du. Ich bin erst mal, dass ich mich nicht draufführe, aber... Ah, nicht. Ey, du. Scheiß Kamera. Okay, scheint so, als ob das mit Michael Angelo auch nix wird. Obwohl er mich jetzt überhaupt nicht getroffen hat. Mann, das war verdruckt. Mann, wieder falscher Knopf. Ich drücke versehentlich immer auf beide Knöpfe zugleich, denn wenn wir springen und schlagen zugleich drückt, rutscht man sich. So. Ja, springen wir auf den Kopf, wenn man eine Technik hingetroffen hat, gingen sie ab, hätte ich gerade sagen. Aber dann war der Gegner schon wieder schneller und schlauer als wie ich. Okay, warten. Ja, warten, bis die Raketen kommt, um sich dann das Vertreffung zu lösen. Mann. Mann, oh, keine Ahnung, was jetzt an los ist mit Michael Angelo. Und der scheiß Fliegen schwebt schon wieder um meinen Kopf. Moment. Ja, vielleicht ist das, dass ich wiederum nicht so schlecht bin. Befliehen. Du nicht. Okay, wieder noch allen. Ja. Ah, ich wollte das schon sagen, das war's. Pizza. Was ist das meine? Moment. Ja, ich wollte dir gerade sagen. Moment, der hat mich auch beim Netz mehr so gehielt, aber der war's schon zu spät. Das Spiel ist nicht so leicht. Aber nur, weil ich mich, glaube ich, idiotisch anstelle. Nee, ja, garantiert idiotisch. Ich bin mein größter Feind in dem Spiel. Mann, der hat mich auch gar nicht getroffen. Ja. So. Nee, dir schon wieder. Oh, hupfen auf den Kopf herin. Nee. Nee, bloß nicht. Mann, wieder falscher Knopf. Ja, wieder falscher Knopf. Ich druck versehentlich... Fuuuuhu. Ähm. Ich druck versehentlich immer auf Springer und schlang zugleich. Denn die zwei Knöpfe sind bei mir natürlich gleich nebeneinander. Und wenn ich habe den Controller so belegt, dass er... Boah, ich bin versehentlich auf den Knopf herkommen. Denn ich habe... Den Knöpfe bei mir so belegt, dass... Ja, möglichst... Gameboy-Style hat. So. Also sprich, rechts und... Rechts ein Springerknopf, links ein Schlagklopf. Klopf. Knopf, Manni. Ne Duschung wieder. So. Ja. Die gehen ja wenigstens. Okay, die mit der Pizza. Oder die. Nein, geht sie nicht aus. Schaut. Okay, vorstelle Action wieder. Achso, ja. Jetzt kommt er ja schon. Ja, Leonhard. Nein. Fick's euch. Ich dachte, jetzt kommt schon der Schredder. Ich habe es völlig vergessen. Oh, ihr scheiß Fuß-Soldaten. Misst, was? Ihr seid jetzt Fuß-Soldaten. Das ist ein Fuß. Na. Ey. Ihr habt voll geschlitzt. Was soll der Mist? Was ist noch einmal los mit dem Spiel? Na. Passt. All erledigt. Ja. Jetzt kommt der Krenn wieder. Mogen wir uns verscheichen. Na, Krenn. Halt dich fest, Leonardo. Oh. Okay, jetzt da war er. Ach nein, jetzt kommt nur der da. Aber wenn ich sie eh da inzwischen sehe. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht eine lade wieder. Okay, alle haben einen schönen Rhythmus. Ja, das war leider zu dumm. Ja, das war falsch ein Knopf gedruckt. Das war einfach nicht idiotisch von mir. Ja, mit drei Längen gehen ein Schredder. Das wird nie was. Oh, warum hat er mich getroffen? Was bist du für unfairer Socker? Hopp von mir. Oh, das Hologramm kann auch schädigen. Hopp von mir. Falscher Knopf schon wieder. Oh Gott. Ja, Leonardo ist jetzt auch am Arsch. Da ist noch geschwind Zoletti. Oh, ich weiß, Schleichwerbung aber. Schau's drauf. Okay, Donatello. Oh. Ich muss ein bisschen so vorgehen, weil... Ja, ich wollte da kurz sagen, wenn ich ein bisschen Rhythmus... 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 Trostenhaut. Dem Leonardo hat sie auch geklappt, weil es am anderen Donatello nicht... So, eine. Okay, ich habe zwei Längen verloren. Komm her, Schredder. Ja. Ja. Du Bastard. Okay, Gleichstand. Woher ist er denn? Und, und? Ja. Momente fliehen. Ja, das hat man jetzt wahrscheinlich gehört, weil ich das Mikro nicht auf Stopp geschalten habe. Boah. Hopp von mir. Okay, Nixong, Nixong. Nixong ist schon gut aus, oder so. Ah, Durate. Okay, okay, okay. Ja. Komm, Nona. Ja. Ich muss irgendwie... Ich bin am flüchten, wollte ich ja nicht gerade sagen, aber... Ich gehe mir schon wieder schneller. Und, 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 und. Oh. Och, Schredder, du. Ja. Du bist zua... Arschloch. Oh. Du Dreckso. Okay. Viel zu ans, viel zu ans. Komm her. So. Mein Sticken, richtig. Das Arschloch habe ich nicht geschossen. Es geht noch weiter. Ui. Ich bräuchte ja Pizza, bitte. Nicht ihr schon wieder. Okay. Okay. Ich wollte da gerade sagen, das war es für mich definitiv. Ich continue. Irgendwas sagt mir, ich starte jetzt wieder ganz am Anfang. Was geht in euch ein Kopf, wo ihr kein Zwischensee ist? Bis bald. Wer truly zu 한be talented, nicht. Und, oben da ges Außen v kart. Wer tenga schlecht. Ich Toy multi hier. Ich will es empfehlt. Jesus ist. Das ist ein 승.